Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1701 History Edition. Wir bauen um diese Folge, ja? Wir bauen um. Das erste, was wir umbauen müssen, ist die Schule. Und zwar müssen wir gucken... Dann müssen wir gucken, dass diese Seite hier... Also, dass wir hier drüben möglichst... Alle in Range haben und hier drüben auch natürlich auch alle. So, das heißt, ich reise jetzt mal da hinten. So hart, wie es klingt. Ich danke Gott, dass ihr die Pest überstanden habt. Ich bin froh, dass ich euch nicht an den schwarzen Tod verloren habe. Dankeschön. Ja, ich... Ja. So, die Schule hat hier leider nicht das alles in Range, was ich gern hätte. Ein Musikantenzug erfreut ihre Siedlung. Die Schule hat den Bereich hier nicht in Range. Okay. Wenn ich jetzt wohl die andere Schule hier hinbauen würde. Okay, die hier ist... Hat das noch... Nein, hat es nicht mehr. Okay. Gut, das wäre alles in Range. Das ist okay. Dann kann ich die Schule abreißen. Ich hoffe, ich verliere dadurch meine Forschung nicht. Anlegestelle. Felsen sprengen. Sprengmeister. Ah, okay. Wie viel Kaltel hast du jetzt noch übrig gerade? Jetzt stillig. Hast du die Ziegelei hat, dann kostet das auch nichts. Ah, okay. Das kostet... Zusammen jeweils. So, ich lasse dich aber doch noch ein bisschen laufen. Äh, wenn wir jetzt nämlich die Kirche bauen. Das ist nämlich mein Plan. Äh, die Kirche. Schauspielhaus. Das bräuchten wir natürlich auch irgendwo. Aber da brauchen wir sowieso wahrscheinlich mehrere. Davon. Schätze ich mal. Vielleicht nachher hier eins hin. Irgendwie so in die Ecke. Und irgendwo hier unten eins hin. Dass wir das Meisten mitnehmen. Alle werden wir sowieso nicht aufsteigen. Ähm... Ich wollte jetzt... Aber was ist das denn? Eine Mauer. Oh, okay. Ja, wir können jetzt wundertolle Mauern bauen. Ja, brauche ich aber nicht gerade. Platzerstraße. Uh. Wichtig ist jetzt mir die Kirche. Die Kirche braucht aber... Eins... Warte. Ein... Ähm... Ein neues Gebäude wurde erforscht. Cool. Ah ja, das ist so eine zusätzliche Anlegestelle. Ja. Okay. Die Kirche ist... Bis hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Willen wir den Weg da wegreißen? Und dann schnell eine Kirche bauen. Nein, nein, hier. Ja, dreh sie, wie du willst. Ist mir eigentlich egal. So, dann können wir die hier unten... Du müsstest innerhalb von der Kirche sein, ne? Genau. Du bist... Ja, du bist innerhalb von der Kirche. Sehr gut. Das heißt, die Kirche reicht eigentlich komplett hier. Hier nicht ganz. Also den Block hier müssten wir vielleicht mal... So, den zu sprengen von Felsen. Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Lösung behilflich sein. Nein, kann ich nicht. Ein Escort kann ich... Also eskortieren geht leider nicht. Ich habe immer noch keine... Das werden wir dann nächste Folge, glaube ich, machen. Ja, also... Hier, das hier kann ich mal direkt machen. Grace. Ich muss sie einfach im grünen... Also im oberen Bereich halten. Das ist wichtig für mich. Okay, wir haben jetzt kein Geld mehr. Boah, danke. Du hast mir gerade... Sehr viel Geld gebracht. Also eine Kirche. Kulturen. Lampenöl. Das müssten wir aber eigentlich auf der Insel machen können, ne? Wir haben vier Wahlgründe. Weiß noch nicht, ob das... Eins, zwei... Ich glaube, das eine ist nicht in Range. Das hier ist nicht in Range. Da müssten wir die Fischerhütte wegmachen. Dann wäre es vielleicht in Range. Ein Erdbeben lässt eine Insel erzittern. Schaue ich mir gleich an. Mein Gott. Nein. Warum muss es François sein? Kann es nicht Grace treffen? Okay, aber es hat... Es trifft zum Glück nur... Es ist meistens unbebaut. Das Schlimmste, was er verliert, ist ein Gewächshaus. Nicht mal. Naja, okay, ging. Hätte jetzt sein können, dass es... Aber alles gut. Alles easy. Ja, und das Income ist leider immer noch nicht so geil. Erforschung einer Spezialaktion abgeschlossen. Tagebauung. Ja, das machen wir einfach als nächstes. Ah, nee, das kostet Goldhit. Ja, Feuerwehr. Seid ihr im Einsatz hier eigentlich? Es brennt. Ich habe eigentlich zwei Feuerwachen in Range. Okay, ich habe die gelöscht. Finde ich gut. So, und dann würde ich sagen... Äh, wir machen ganz kurz Warncheck. Wie sieht es aus? Wir brauchen... Eventuell mehr Alkohol. Einmal mehr Alkohol, würde ich sagen. Okay, der Fischer ist auch gleich leer. Dann mache ich die Kühe gleich wieder auf. Und dann... Ich kann aber noch keinen... Nee, ich baue noch keinen Alkohol. Ach, du hast keine... Keinen Dings... Keinen Weg, ne? Frechheit, dass du keinen Weg hast. Walfänger. Okay, das ist... Walfänger. Ein Fischer hat keine Arbeit mehr. Jo, das war's dann wohl, ne? So, dann darfst du... Einer Fischer darf dann wieder weitermachen. Ähm... Ja... Holz kaufen ist echt genial. Dankeschön, dass ihr das macht. Ähm... Ich möchte ganz gern nochmal einmal Alkohol bauen. Das war ja auch diese Folge, glaub ich, noch kurz. Wobei, nee, ich mache erst... Erst eine von denen. Dann machen wir nämlich schon Lampenöl. Das können wir nebenher einfach mal produzieren. So, dann könnte ich euch doch mal die Bau... Stoffe erstmal wieder freigeben. Dann könnt ihr nämlich alle... euch upgraden. Euch upgraden. Ja, ein bisschen Holz verkaufen ist immer gut. Die Kirche sieht halt... Ich würde die ganz gern andersrum setzen, aber es geht, glaub ich, nicht. Na, was soll's. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Okay, wir haben jetzt Honig. Ah, okay, wir brauchen Honig dafür. Ja, das wird dann, ähm... Da müssen wir dann, ähm... Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Oh, es warf. Was, kaufst du eigentlich Honig? Jetzt müssen wir hier, ähm... Irgendwie sowas hier. Stubenheim, ähm... Eine Imkerei. Wir bräuchten einen Imker, ne? Das ist jetzt natürlich doof. Ich will jetzt keinen Krieg anzetteln. Schafft 9... Ah, die Felsen können wir zerstören. Ah, okay. Das ist gut. Das ist geil. Ähm... Alles in Deckung! Auf geht's. Wehe, es fliegt mir um die Ohren, Alter. Ha, ich seh's schon kommen. Sprengung! Bis zum nächsten Feuerwerk! Ja, ich bin damit auch zufrieden. Du hast nichts zerstört! Das ist doch einwandfrei, hab ich gesagt. So, dann können wir vielleicht eine Garnition bauen. Die ist aber ein bisschen größer, wie ich dachte. Ähm... Die ist ein bisschen größer, wie ich dachte. Ähm... Vielleicht doch noch nicht. Die ist außerdem zu teuer. Dafür muss der Händler viel mehr einkaufen. Jetzt können wir einen wunderschönen Platz bauen. Wir könnten Brot herstellen. Tatsächlich. So, ja, ja, stimmt. Ihr habt Lampenöl direkt gekriegt. So, ihr habt... Ihr seid schon wieder unhappy aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich war irgendwas... Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt... Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt... Ach, Marques. Ich will eigentlich dich ja nicht zerstören als erstes, sondern... Eigentlich würde ich ja ganz gern... Ist da auch... Nö, da ist nicht. Ja, sie hat halt leider keine reine Honig... Ah, keine Honig-Gänsel, ne? Das Konto ist als erstes geworden. Das ist doch... Ja, das ist... Das weiß ich. Mhm, mhm. Ja. Schön. Okay, sie hat ein neues Konto gebaut. Ach so, sie hat tatsächlich auch keinen Tabak auf ihrer Hauptinsel. Sie hat doch hier Tabak. Ah, ne, hat sie nicht. Da hat sie nur Hopfen. Aber sie hat hier Tabak. Sie hat die ganze Insel für sich. Bau halt effizienter. Auf Schafarm da drauf zu bauen. So, ein bisschen Geld wäre ganz toll. Okay. Okay, sie sind gerade aufgestiegen. Ich mach mal die Pioniere nach unten. Genug der Diplomatie. Ich lasse Taten sprechen. Ach, schon wieder, Alter. Dein Scheiß-Ernst jetzt. Ja. Ich weiß nicht, was ich da jetzt tun soll, aber... Oh, wie nett von euch. Ja, es hilft nichts, ne? Meine Kontore. Aber warte mal. Das heißt aber, er... Er ist ja... Warte mal. Schade, dass hier niemand Interesse an einem kleinen Nebenverdienst hat. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Oh, geil. Alle Schiffe einsatzbereit. Handelsschiff, ahoi. Alles hört auf euren Befehl. Alle Schiffe einsatzbereit. Okay, sie fightet gerade Piraten. Alle Schiffe, los! Mehrfachsituation. Ah, okay, das sind Picniere am Ort. Man greift eines ihrer Gebäude an. Die Flotte folgt euren Befehl. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angegnens. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Wir sind bereit. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. Meine Geduld neigt sich dem Ende zu. Ihr habt das Kommando. Die Flotte folgt euren Befehl. Kompanie, Marsch! Ihr habt das Kommando. Wir sind bereit. Ja, das war dann meine Handelsgute, ne? Könnt ihr die mal wegbaiten oder so? Macht jetzt sehr gut. Feuer verwüstet ihre Stadt. Ja, das war klar. Warum, Grace? Ich hab dir doch nix getan, ey. Ja, ich weiß, du willst den Tabak ins Lappen. Die kriegst du halt nicht. Man greift eines ihrer Gebäude an. Hör auf den... Bitte hör auf diesen... Hör bitte auf. Komm. Muss ich jetzt wieder wirklich einen Wachtturm bauen. Einen ganz simplen Wachtturm. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Ich weiß gar nicht, wie viel Wachtturm ich bauen muss, damit das... All meine Reservisten sind bereits bei euch. Unsere königlichen Streitkräfte werden euch zu Hilfe eilen. Danke. Wir sind bereit. Ne, bleibt erstmal hier. Ein Brand zerstört ihre Sieg. Ja. Eines ihrer Gebäude steht hier. Unsere königlichen Schiffe sind eingetroffen. Man greift eines ihrer Gebäude an. Man greift eines ihrer Gebäude an. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Die Flotte setzt Segel. Ja, ich weiß. Alles hört auf euren Befehl. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Ja, weiß ich doch schon. Brauchen kann es sich ja trotzdem nicht. Die Flotte ist bereit. Ja. Genau, greift mal das Schiff an. Wie gefällt ihr das denn vielleicht mal? Nicht so gut wahrscheinlich. Ein Verräter hat einen ihrer Truppenverbände abgeworben. Wie geht denn das? Super, jetzt habe ich da... Hat sie da Units und ich keine mehr. Das ist ja toll. Kapitän auf der Brücke. Warte auf Anweisung. Fahrt aufnehmen. Ja, das ist ja ganz toll. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Kapitän auf der Brücke. Wow. Warte auf Anweisung. Warte auf Anweisung. Wird ausgeführt. In die Wanken, Männer. Kurs aufnehmen. Jetzt könnt ihr beweisen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr seid eine echte Hilfe. Du willst es wirklich wissen, oder? Ja. Ja, natürlich. Egal, wer von euch gewinnt. Mir ist beides recht. Naja, Grace gefällt es, ne? Oh, hat der auch. Eure Vollmachten wurden mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Wir werden eurer Demütigen bitte Stadt geben. Ja. Ihr werdet zumindest ein Schiff benötigen. Ne, eigentlich braucht es kein Schiff mehr. Ist dafür zu spät, Königin. Wird ausgeführt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hast echt schlechte Karten bei mir. Ja, das weiß ich, Grace. Aber du bist leider die Erste, die ich eigentlich angreifen wollte. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Na, doof. Das hier ist viel doofer. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Warte auf Anreise. Ahoi. Ich werde mich wieder einschleimen eigentlich bei dir. Ihre Bevölkerung schnallt den Gürtel enger. Man greift eines ihrer Gebäude an. Ja. Kann ich nicht ändern. Ihr werdet auch alle jetzt nicht mehr happy sein im Wald. Ach, ja. Ja, das haben sie kaputt gemacht, ne. So ein Kack aber auch. So ein Kack aber auch gut. Da würde ich sagen, nächste Folge mal gucken, was passiert. Ich weiß es nicht. Ich muss mal einen Warencheck machen auf jeden Fall. Und dann vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal hin. Selber. Ach, Grace zu fighten. Ich, ach, es nervt. Es nervt einfach nur noch. Gut, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.